Gemeinden wie Oberburg brauchen Initiativen und Personen, die viele Leidenschaft an den Tag legen. Genauso viele Leidenschaften wie Franco Di Cirolamo zum Beispiel an den Tag legen, als echtes Vereinstier. Oberburg hat selbst ein immens grosses Vereinsleben mit gegen 40 Vereinen, die aktiv zum Dorfleben beitragen. Für diese zu unterstützen, braucht es einen sehr guten Gemeinrat, der auch Erfahrungen aus den Vereinen mitbringt. Genauso ein Gemeinrat ist der Digi, Franco Di Cirolamo, wie wir ihn alle nennen. Und genau aus diesen Gründen geben dir alle dem Digi eure Stimme für ein Gemeinrat.